Hallo Leute und herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder in Mike Worft unterwegs. Der coole alte Marcel, mein Freund, ist auch wieder dabei. Hallo. Der Gürbiskopf. Hallo. Ich würde sagen, wir fangen wohl an, oder? Nein, lauf! Nein, du sollst nicht lauf hin. Ins Portal. Nicht lauf hin. Nicht verstecken. Ich bin der Weihnachtsmann. Ich verschenke dich. Ich mag keinen Weihnachtsmann. Ich bin der Grinch. Kennst du mich? Oh Gott, weißt du noch letztes Jahr, wo wir den Grinch so rumgepampelt haben? Also ja, da haben wir ihn ja ein bisschen lustig gemacht. Töten wollte. Wo kommt der eigentlich? Achso. Ich mach das auch über den Grinch schlutzig. Wer erinnert sich daran? Achso, der braucht schon lange. Achso. Stimmt. Stimmt, der wollte uns nicht töten. Kommt, wie gesagt, dass er uns töten will, aber ja. Es gab nie eine Äußerung von Grinch. Ein Jahr verspäte. Eigentlich gibt es eigentlich eine offizielle Grinch-Seite oder so. Facebook. Weil dann müsste man eigentlich so ein Video machen, wo man die einschreibt. Und man fragt, wann einer kommt. Na, das ist doch so. Boah. Cool nach einmal. Wenn es sowas gibt, kommt was. Also. Gibt es vielleicht ein Short oder sowas lustiges. Also. Da spricht er jetzt für sich, da habe ich nichts mit einzureden. Ich schläft keine meinen Leuten da an. Das soll aber ich von meiner Zeit aus. Kannst du gerne machen? Ich schläft gerne. Du schläft! Am liebsten zu nerven. Urlaur. Das war hier ist. Ich komm ich ja los. Ja, also, das kannst du schläft haben. Hast du Blöcke? Nein. ja warum hat sie keine blöcke das braucht hast du keine hacke regen muss wenigstens ich betreibe ich kann aber keine sklaven er macht so freiwillig jetzt ist er tot, also freiwillig wird er stirbt hat er freiwillig sich rüber gebaut er hat sich rüber gebaut er hat sich rüber gebaut er sind ich bräuchte Hilfe also ich bin auch schon da auch schon im teile gibt es ui einfach durchs neggen hättest mich einen bogen überlassen können hallo ich habe fast danke danke wirklich ja achso ja in normalen bogen habe ich das ist ein automatischer oder eine ich mag auch automatischer nicht ich habe dann ja selber schuld weg gehabt was nicht beschweren und dann erst beschweren und dann nichts kriegst und dann kriegt recht beschweren ja 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 durch heute sind treff mit der kunst ich weiß nicht mehr kann wie so schuld äh soa geh mal einfach mal mit geh mal zur ochen ab in die bitte du 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 bist so sto um tipp ich bin eine hexe ich habe tausend zaubertrinken eine wahre hexe vom lach kommt er von allem her warum vom lochen her ganz normal aber nicht schon mal lachen gehört also kannst du dich doch nur wechse ja erst du hast doch nur richtig hexenlachen Also, wortwörtlich. Ernst jetzt? Mein Ernst? Die Wahrheit. Ich hab keine Pfeile mehr. Sind das Sie jetzt oder kämpfen die? Die kämpfen, ne? Lebt der noch bei dir, oder? Ja, der ist von mir. Okay, komm mal. Ich komm da mal. Da soll ich mir auch mal Rüste holen. War vielleicht auch mal eine Idee. Wo ist denn der Typ, ja? Lederjacke reicht doch, oder? Immer, immer. Wirklich. Oder? Hilfe, 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 Hilfe. Lange, lange weg. Ich hab jetzt Flammen herz. Ich darf doch nicht an Flammen sterben. Das ist so feilig. Aber darfst du nicht erkennen. Hm, die Berüstung. Ja, ich brauch viel. Also, Alter. Mein Amazon-Wunschliste. Deine Amazon-Wunschliste, ja, ja. Hey, cool wär's doch. Hast du, hast du, hast du keine Rüstung? Oh, das ist doch auch cool. Ja. Liegt was. Was du haben willst. Boah, das nehm ich. Das nehm ich noch, oder, Leute? Hast du immer ja machen kann? Oh, ich will was halt womit wir vorher machen können. Vergiss, was ich gesagt habe. Ich habe selber was gefunden. Warte mal, ich hab ne Idee, ich hab ne Idee, warte mal, ok? Schleiber-Tacke. Ich hab grad ne coole Idee. Die haben sich selbst gemordet. Was willst du jetzt mit dem leuchtenden Teil? Ich hab ne Idee, deswegen. Was ist denn das jetzt? Äh, was das wird gemeint? Geh weg. Geh vielleicht weg. Hast du nen Feuerstab, oder? Nein. Ich hab kein Feuerstab. Mach kurz. Ich hab ne Schlamm-Schleimstab. Ja komm! Ja, ja, er hat nen Rundarsch. Was, warum? Ich hab keine Idee. Was für ne Idee hat denn der? Möchtest du ein Lagerfeuer? Ach so! Oh. Damit es, damit es die, ähm, okay, ich check. Okay. Damit die Pfeile, ähm, Feuer haben. Aber ich glaub, was bringt man nicht, dass ich blöd find. Leider, leider. Aber wär cool gewesen. Okay. Die war nicht zu blöd, so. Wollte ich bumm jetzt einfach rüber. Jetzt reicht's. Probier mal. Okay, ich lass's, hier los ist. Da brauche ich nicht zu schade drüber. Da ist noch ein Lucky-Block. Krieg dir was gefeiert. Wo können sie den Lucky-Block? Das hab ich schon. Oh so. Ich trotz der Lucky-Block gegönnt. Cool. Ah? Voll cool. Kommst du mir? Ich wollte mir grad... Okay, ich komme. Okay. Hallo Schleim. Ähm... Dö-dum. 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 Ja, ich bin da. Also. Titi! Hat er getroffen? Ähm... Was hat denn der für einen Bogen? Krieg. Kannst du noch Schleim spaziert? Also, okay. Kannst du mir wegblöcke holen? Kannst du's machen? Also auch Blöcke nicht. Ich hab keine Spitzacke, tut mir leid. Wolle kannst auch ohne Spitzacke abbauen. Kein Tipp. Du drückst dich, du kannst dich nicht von der Arbeit drücken, tut mir leid. Das muss ich in einer Aufnahme Wolle abbauen. Du nimmst auf grad, oder? Ja, ich nehm auf. Also, ne, weil ich war, ich war, ich war, ich war jetzt leicht verwendet, ich hab's gedacht, warum ich, warum ich nicht da. Ich hab mich grad richtig stark gerettet, eigentlich, also. Hast du dich gerettet? Hast du ihn grad runtergeschubst? Der Teamate geht doch weg. Weil er halt. Der geht doch weg, Teamate. Hast du ihn grad runtergeschubst? Hinter uns. Der hat abgerutschubst. Hab ich schon mal weh, dass der Typ mich ein bisschen nervt? Hm, kann sein, ja. Wollen wir den Typen ein bisschen nervt gehen? Was denn? Also. Ich hätte eine Idee. Hau raus. Hast du dich einfach im Block drinnen lassen, so einfach so spaß. Was? Ich will. Ich will. Pass bei Treppe einfach rauf. Okay. Jetzt noch in die Treppe machen, das falls er abholen will. Was ist das? Komm, geh mal, geh mal. Komm, jetzt hör mal ab. Lass es mal rauskommen. Äh, vielleicht. Dann ist das, dass das so ein guter Team ist. Also, lass einfach rauskommen. Vielleicht überlebt, vielleicht. Wenn du es dir glaubst. Also. Dann lass uns aber vielleicht auf das Vieh drauf. So. Das wollte ich auch gerade noch eigentlich. Oh ja. Dann gehen wir auf den Schwanz und dann können wir dort dann... Ah, der drei Schwänze aber, ja. Was auch immer das ist. Jo. Hörename! Wir sind so Team mit eigentlich gestorben. Da war der ist runtergesprungen. Er ist gerade rübergegangen. Okay. Ein Gegner. In der freien Welt. Wirklich? Das kenn ich gar nicht heutzutage. Okay. Ich bin zwar nur eingesperrt. Den geh ich da nur eingesperrt, okay. Ja, was klafen verkaufen ist. Ich geh ein Queen. Na, warum leben verkauf ich ihn? Du weißt schon, dass er eine Aufnahme ist, oder? Ja, aber es ist doch halt schlimm. Und die böse sind zu mir. Also. Der ist doch ganz lieb. Immer. Wir würden uns gerade nur am liebsten umbringen. Oh nein. Sleep also. Versteh ich. Kenn ich. Immer. Sollen wir ernst spielen? Können wir ja, wenn du magst. Auf, lass uns die jetzt stets langsam. Ich glaub, haupte mir die Geduld. Sliber-Tocke! Komm Schleim! Komm! Komm! Komm ein großer! Wir haben das trainiert. Was ist mit dem Trainierer der getroffen in das Land? Ich hab getrainiert. Da bin ich rausgezogen. Du hübslein Walter. Pink großer Volte. Du sie geh'n auch mal rund raus. Das war nun immer nur rosa ist, gell? Du bist stumm! Kannst du mir einen Gefallen tun? Was? Lenk dir mal ein bisschen ab. Bin ich vorbei? Ich probier mich, glaub ich will mich dann wieder von oben drüber bauen. Ah, das ist Plan C. Okay. Ja, das ist ja Plan C. Und was ist Plan B? Plan B ist einfach hochbauen und hoffen. Weil A, B, C gibt's ja Plan A, Plan B, Plan C. Wir kennen das Alphabet, ja. Oh, ja. Oh, der entticht ab. Oh, lieber. Äh, äh. Wer ist bei mir? Land C ging nicht in Erfüllung. Gar nicht. Scheiße. Ähm. Okay. Scheiße. Scheiße! Mann. Er hat, glaub ich, nur noch ein Herz. Komm. Wieso sterbe ich denn? Nicht so schlimm, Hopp. Jetzt fülle noch mal den letzten Haustieren an. Äh, äh. Ich glaub ich fast sehr umbracht hätte. Da bist du jetzt auch ein Schleim beim... Ja, kein Schatz, aber schon. Ich schlau. Also. Du bist aufm Kopf? Du bist aufm Kopf. Oh, das mag ich genug. Guck zwei. Ui. Im Maul... ...des Gichern. Also. Der Gegner rüstet sich aus. Du hast eine klasse, klasse Chance. Soll es jetzt auch so zu mir vorher Rüstung hat. Könnte ich, ja. Ich könnte aber auch mich ausrüsten so. Also. Ja, du hast doch schon Rüstung. Ähm. Ja, aber... Volk hier schmeckt doch besser, als wenn man... ...ein Eisentürk... Wo hab ich eine Kettenhose? Wo hab ich eine Kettenhose? Ich hab Volk hier. Ja, da ist doch eben, meine. Das Ding hab ich ja gesagt. Das schmeckt besser. Eine Hose mit Löcher. Immer. Immer. Und... Sooo... Was hat der eigentlich für ein Skin? Komplett schwarz, gell? Was hat denn der für Augen? Hat der überhaupt keine Augen? Ah, der hat keine Augen. Das sehe ich gerade so. Es ist einfach nur ein schwarzer Skin. Das ist überhaupt so was ich kenne, ja. Was macht der gerade so nehmbar? Bauerstack nix. Wenn ich das jetzt vor Ort, der ist es ungefähr. Einmal der CRTNT. Das ist wahr. Jetzt sehen wir den Endkampf. Wo alles entschreidet. Feuer. Wo eigentlich mein Element ist. Er hat den Schleimzauberstab einfach weggeworfen. Okay. Ich würde echt mal brennend erzählen, was für'n Sauberstab es ist. Ey, was sind die? Schein. Wer, Sekunde länger? Ich glaube an der... Wie wieder? Wer, Sekunde länger? Und der wird gestorben. Ja. Wir brauchen noch ein Feuer. Wir brauchen noch ein Feuer. Allt, sehr gut. Noch ein Game, oder? Nein, 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 nein. Wir sind jetzt schon bei ähm 23 Minuten. So. Ja, komm. Ja. Ja. Möchtest du den Zuschauer noch irgendetwas bieten? Irgendwas sagen? Ja. Abonniert sich gerne. Danke sehr. Ja bitte. Und tschüss. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschau. Tschüss. Schau dich.